Wir sind seit 1970 mit 35 Leuten am Markt und machen Kunstharz-Fußböden und Fußboden-Konstruktionen. Das machen wir im Bereich der Großküchen, im Bereich der reinen Räume, also OPs, Labore, Institute. Das machen wir in schönen Dingen des Lebens, also die Loft und das Museum, das Foyer und wir machen es in dem klassischen Industriebereich. Ich bin die zweite Generation, meine Eltern haben das Unternehmen 1970 gegründet. Also ob die Kinder jemals reinkommen, wir haben zwei Kinder, manchmal haben sie Interesse, manchmal haben sie keins. Seit 23 und 21 warten wir ab, was passiert. Was mich am meisten ärgert in der aktuellen Verwaltung, was mir spontan einfällt, ist die Zahlungsmoral, allen voran der öffentlichen Hand. Die sich selber Regeln gegeben hat, aber die Regeln selber nicht einhält. Beispiel Abschlagszahlungen sind im Bauwesen einseitige Ländertage, ist kodifiziert, Bundestag hat beschlossen und der eigene Bund schickt dann eine E-Mail und sagt, wir brauchen noch vier bis sechs Wochen zum zahlen. Das motiviert nicht gerade und ich habe dann ganz zurückgeschrieben, jawohl, wir kommen erst, wenn ihr gezahlt habt. Schauen wir mal, ob das motiviert. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir eine sehr geringe Fluktuation haben. Also die Verweildauer der Mitarbeiter ist sehr, sehr hoch und das tut dem Unternehmen gut. Aber das zeigt uns auch als Familie, jawohl, wir können als Arbeitgeber nicht ganz schlecht sein, sonst werden sie alles weg. Wir sind auch sehr gut. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir uns zitieren. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir uns zählen. Wir sind auch sehr stolz auf dem Weg. Bis zum nächsten Mal.